Henry Pirene war ein belgischer Historiker. Leben Pirene studierte Geschichte und Rechtswissenschaft an der Universität Lüttich, setzte seine Studien in Paris, Leipzig und Berlin fort. Wilhelm Mand, Harry Breslau und Gabriel Monod zählten zu seinen Lehrern. Er erhielt bereits im Alter von 24 Jahren die Professur für mittelalterliche Geschichte an der Universität Gent. Dieses Ordinariat bekleidete er unterbrochen durch die Kriegszeit bis zum Jahr 1930. Damals wurde die Universität niederländisch-sprachig, was Pirenes bestreben einer zweisprachigen Universität Gent zuwider lief. Er lebte dann in UCCLE bei Brüssel. Er war verheiratet mit Jenny-Laure Wanderhegen. Mit ihr hatte er vier Söhne, von denen ihn nur sein Sohn Jacques überlebte. Obwohl er durchaus ein Freund der deutschen Kultur war, lehnte er während des Ersten Weltkriegs jede Zusammenarbeit mit den militärischen und zivilen Besatzungsbehörden konsequent ab. Im März 1916 wurde er deshalb im Deutschen Reich interniert, unter anderem im Internierungslager bei Holzminden. Durch humanitäre Interventionen auch auf diplomatischer Ebene wurden seine Internierungsbedingungen gemildert und auf Intervention deutscher Historiker kam er mit dem Historiker Paul Frederik zunächst in die Universität Stadt Jena. Wo er zu Alexander Karte Liri engeren Kontakt unterhielt. Von Januar 1917 bis zum Kriegsende wurde ihm nach kurzer Zeit in Jena Kreuzburg an der Wehr als Aufenthaltsort zugewiesen, um Ablenkung von dem Schmerz über die Trennung von seiner Familie und über den Tod seines 19-jährigen Sohnes Pierre zu finden. Der als Kriegsfreiwilliger im November 1914 in der Schlacht an der Isar fiel, fasste er die wirtschaftshistorischen Vorlesungen zur Geschichte des europäischen Mittelalters zusammen, die er in Holzminden ohne Vorbereitung und ohne seine Bücher vor russischen Studenten gehalten hatte. Sein Sohn Jacques gab sie 1936 posthum als Buch heraus. Pirene hatte vor dem Ersten Weltkrieg gute Kontakte zu deutschen Historikern und besuchte regelmäßig die deutschen Historikertage. Das änderte sich nach dem Ersten Weltkrieg und er hinterfragte nationalistische Tendenzen in der deutschen Geschichtswissenschaft, die bis dahin für ihn und andere in Belgien als Vorbild diente. Besonders die nationalistische Haltung Lembrechts und sein Verhalten bei einem Besuch in Belgien 1915 ernüchterte Pirene und andere belgische Historiker wie Frederic. Seine Kritik an Deutschland äußerte er in mehreren Rektoratsreden. Pirene widerrief seine Mitgliedschaften in deutschen Akademien und gab seine deutschen Ehrendoktorate zurück. Er arbeitete nicht mehr an der Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte mit. Wegen der nationalistischen Einstellung ihres Herausgebers Georg von Bilot, sondern unterstützte die Gründung einer neuen Zeitschrift durch die damals noch wenig bekannten Lucia Febvre und Marc Bloch in Paris und war so bei der Gründung der Anales-Schule wesentlich beteiligt. Pirene gilt als Vater einer gänter historischen Schule, zu der seine Schüler François-Louis Ganzhof und Hans von Werwecke gehören. Bekannt wurde er durch die sogenannte Pirene-These, wonach die kulturelle Einheit des Mittelmeerraums nicht durch die Völkerwanderung und die Invasion der germanischen Völker, sondern erst durch die islamische Expansion zerstört worden sei. In seinem 1937 Posthum veröffentlichten Hauptwerk Mahomete Schalemannien formulierte er eben diese These. In seiner monumentalen belgischen Geschichte vertrat er die These, dass die tiefere Ursache für die Eigenständigkeit Belgiens letztlich auf das in der Zeit der Karolinger bei der Aufteilung des Frankenreichs nach dem Vertrag von Fadun 843 geschaffene Mittelreich zurückgehe. Diese Sicht und eine zu einseitige Konzentration auf die Grafschaft Flandern und das Fürstbistum Lüttich ist später kritisiert worden. 1912 wurde er korrespondierendes Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Er war auch Mitglied der Göttinger Akademie der Wissenschaften und der Gesellschaft für rheinische Geschichtskunde. 1909 wurde er Ehrendoktor in Leipzig und 1911 in Göttingen. 1922 wurde er in die American Academy of Arts and Sciences gewählt. Schriften Leveles du Moyen A.G.E. S.I. Destroy Economy K.S.O.Z.A.L.E. Brüssel 1927 Medieval Cities Their Origins and the Revival of Trade Princeton University Press 1925 La Civilization Occidentale au Moyen A.G.E. Duxi au milieu du XV. Esiel, Paris 1933 Histoire de l'Europe des Invasions au XVisiel, Paris, Brüssel 1936 Mahomette Charlemagne, Paris, Brüssel 1937 Histoire de Belgique, Siebenbände, Brüssel, Mauritze Lamartin 1899 bis 1932 Online der erste Band erschien zuerst 1899 in Deutsch im Rahmen der Geschichte europäischer Staaten von Karl Lemprecht und kurz darauf in Französisch Belgian Democracy, It's Early History, Long Mascreen 1915 Souvenirs de Captivité en Allemagne, Brüssel, Librarie Mauritze Lamartin, Collection du Flambeau 1935 Concrete Ekreu Nh Untertitelung des ZDF, 2020